Es rennt! Es ist immer alles voll mit rauf. Alter, man sieht gar nichts mehr auf dem Platz. Jo, Leute, es kommt zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Und ja, Leute, ihr seht euch schon, ich bin heute unterwegs. Und zwar fahre ich wieder zu einem lieben Freund, den kennt ihr schon, und zwar lieben Fresh F. Ähm, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich muss jetzt zur Bahn, die Bahn kommt in drei Minuten, deswegen sollte ich mich eigentlich beeilen. Aber wir haben heute auf jeden Fall viel geplant. Ich glaub, wir wollten sogar noch ein Stadion und so. Also, heute spielt Köln gegen Düsseldorf. Und das wollten wir uns mal anschauen. Ich bin gar nicht so viel lauer, ich glaub, ich verpasse die Bahn. Nein, deswegen, bis gleich. So, Leute, ich möchte mich jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt gerade in einem Park gefangen. Wahrscheinlich, warum? Ich weiß es auch nicht. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zu Fresh F. Und zwar hat der heute ein Fußballspiel. Und ich bin halt gerade auf dem Weg dahin. Ich bin jetzt gerade schon mit der Bahn gefahren, also mit der Flix Train bin ich dann nach Düsseldorf jetzt hier gefahren. Das ist sogar voll krass. Das kostet einfach nur drei Euro. Das ist übelst krank für eine Fahrt. Ich kann auch nicht so viel vloggen, weil es war recht knapp, brauchst du nicht nur wieder Zeit und so. Und hätte ich irgendwas verpasst, wäre es nicht so gut gewesen, weil alle anderen Bahnen und Busse wären irgendwie so eine Stunde später gekommen oder so. Deswegen muss ich mich recht beeilen, aber wir sind jetzt gleich da. Ich muss jetzt immer noch so 10 Minuten Fuß laufen oder sowas. Läuft jetzt so eine Oma von mir. Warum guckst du so, hm? Ich weiß echt nicht, warum ich hier bin, Leute. Das ist eben so ein Park. Hier sind so irgendwelche Skriptionen oder so. Keiner weiß, was das ist. So, wir sind jetzt dann wieder bei Fresh angekommen. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt gleich los mit dem Fahrrad. Wie lange müssen wir fahren? 15 Minuten? Äh, ja. 15, 20 Minuten. Und so. Dann fahren wir so auf eine halbe Stunde zum Spielen. Äh, ja, okay. Ja, ihr merkt schon, gerade neue Kamera, anderer Sound. Das ist gerade, weil Freddy in der nette Weise seine ausgeliehen hat. Ja, das ist auf jeden Fall was ganz Neues hier. Das ist hier scharf gestellt, die man es heute noch nicht mehr gesehen hat. Allein geht nicht. Sonst hat es mir jetzt Licht an. Das ist gut. So, das ist jetzt hier so gut wie angekommen eigentlich, aber, äh, Freddy hat es jetzt gerade vergessen. Wir haben jetzt schon 15.30 Uhr. Das Spiel beginnt jetzt eigentlich schon, aber er muss jetzt noch schnell zurückfahren. Ähm, war hier leider ein bisschen zu hoch. Deswegen warte hier kurz einfach. Äh, aber, äh, ich hoffe er packt es. Wir sind einfach so richtig los, Junge. Ich spüre, wir sind wirklich an der Letzten. Hier, wir sind noch mal die Tickets. Jetzt rein. Tschüss Junge, das ist ja voll krank. Der Scheidner. Ich hab's dir nie gesehen. Der Scheidner. Kλάgen sie. Karlaagt euch. Schlagt euch. All das Sloveniere! Theua. Bitte. EYAAAH. Easy. Kann ich aber für dich auch, alter. Wenn du Düssel drauf bist. Ja, danke, marketer. Und dann kommt der Schuss. Jawoll. Ich weiß noch nicht, was er gewonnen hat, aber er hat getroffen. Echt? Der Peter. Rennst! Da ist immer alles voll mit rauf. Alter, man sieht gar nichts mehr auf dem Platz. Du musst ja nicht mehr als ich dann fressen. Du musst ja nichts unangenehm für die Spieler sind. Du musst überlegen, machen Sport wie auch noch nicht krank. Dann, dass er Küro einhaut und es ist so geil. Junge, was ist das? Wir haben immer noch vier Stück. Wenn Köln 23 für die Kürodingen hatte und zu Flüsseldorf einfach nur eins da an der Ecke. Oh, jetzt fang ich auch an. Keine schlechte Zeit. Oh, zwei Söner, wow. Junge, der eskaliert einfach richtig schnell. Dude, what the fuck, Alter. Wo ist das, Junge und den 16er? Ich richte keine rote. Du bleib liegen. Wie ist es mit dem Regen? Nass. Nass. Oder wird so anfangen zu regnen auf einmal plötzlich. Ich bin ein bisschen nass. Sieht man das? Äh, sieht man das? Sieht man das? Ja. Rot oder blau ist geil, ne? Oh. Blau ist Walla. Oh. Boah, Junge, ich bin richtig... Ich dachte, ich vergilbe. Aber jetzt bin ich auch immer blau. Das ist ja so ein Bullo hier, Alter. Wir essen jetzt einfach auf so einem Karton, Junge. Boah, wir müssen auf jeden Fall essen bestellt. Junge, was ist denn das, Alter? Schubli. Schubli. Das sieht so lecker aus. Ich mach's gleich mal auf. Ich mach's gleich auf, Junge. Jetzt musst du so richtig epische Musik hinterlegen, okay? Naaaaaaaaah. Uuuuuuuuuuuu. Das sieht echt so geil aus. Das sieht sogar... Das sieht sogar fast ekelhaft aus. Huch. Also Leute, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Ich esse jetzt was. Wir auch. Wir haben jetzt noch hier lecker, schmackhaft... Junge, ist das ein Kater Burger, Alter. Ja, gönn dir, Junge. Schmackhaft haben wir hier noch Pizza hier. Ähm, aber ich würde euch nicht so schön sagen, dass was ich hier im Vlog für heute, ihr werdet ihr euch verlassen und liken, aber ihr könnt jetzt gerne mal Fresh F noch verbeischauen. Ist jetzt irgendwo hier oben irgendwo verlengt. Oder auch in der Beschreibung. Freih Vlogs. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.